So, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Video auf meinem Kanal youtube.com slash störtepriest. Wenn du diese Seite ansurfst, findest du die meisten meiner Videos unter dem Reiter Playlist. Und wir wollen uns jetzt heute dieses Büchlein weiter anschauen. Also ob der Dritte Weltkrieg kommt vom Ruben Stein. Der hat da eine sogenannte Hellseherin interviewt, so heißt es zumindest. Die nannte sich Maria S. Ob der Name stimmt, das weiß ich an der Stelle nicht. Aber manche Sachen, die da in diesem Buch oder in diesem Heftchen drinstehen, und das ist von 2015, die sind dann doch sehr interessant, bei denen ich hellhörig geworden bin. Gut, wenn du hier jetzt auf Playlists geklickt hast, dann habe ich das hier sortiert, Alois Irlmayr Analyse, also dass man das immer wieder so gegenüberstellt zum Alois Irlmayr. Und das sind eben diese Inspirationen aus Maria S., ich klicke da einfach mal rein. Da sind die Videos dann bequem in einer Playlist sortiert. Und wenn du unten in die Videobeschreibung klickst, dann habe ich hier auch dieses Buch verlinkt. Das ist mein Amazon-Shop. Wenn du darüber bestellst, kriege ich eine kleine Provision. Allerdings ist die bei Büchern nicht so üppig. Also besser unterstützt du mich mit einem Song-Download, wenn du das möchtest, wenn dir meine Arbeit gefällt. Auf jeden Fall um dieses Büchlein soll es gehen, mit dieser Maria S. Und im nächsten Kapitel handelt es sich um diesen globalen Banken-Crash. Ja, das hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm an, ist aber leider so schlimm. Man hat ja auch gesehen, was das damals in Amerika ausgelöst hat mit den Lehman Brothers. Aber das war dann höchstwahrscheinlich alles noch Kindergeburtstag gegen das, wovon hier berichtet wird. Ganz wichtig, das sind Prophetien. Keiner weiß, ob das so kommt. Aber das Thema ist einfach, wenn das Finanzsystem zusammenbricht. Man hat es ja auch in Griechenland gesehen. Wenn die Menschen dann vor der Bank stehen, wenn kein Geld mehr rauskommt, dann kann das doch ziemlich unangenehm werden, weil man sich dann auch nichts mehr zu essen kaufen kann. Also was die Maria S. gesehen hat, also dass eben diese Rettungsversuche gegenüber den Banken, die werden scheitern. Und alles, was wir da jetzt unternehmen, den Euro zu retten, dieses Gelddrucken, das zögert das Ganze nur hinaus, aber wird uns nicht vor dem großen Knall retten. Sie hat da vom Herbst 2019 gesprochen. Das ist auf jeden Fall falsch, diese Jahresangabe. Dennoch gehe ich auch davon aus, oder viele Spezialisten gehen davon aus, dass die Banken noch crashen werden, weil das mit dem Euro höchstwahrscheinlich nicht klappen wird. Da müsste man jetzt weit ausholen. Da gibt es ja sehr viele Experten, die da drüber sprechen. Ich glaube zum Beispiel auch der Markus Krall und so Leute, sollte man sich mal anschauen und mal drüber nachdenken. Das heißt auch nicht, dass die Recht haben werden. Aber die Tendenz scheint in eine klare Richtung zu gehen. In dem Heftlein steht, dass viele Menschen, die machen sich da nicht viel draus. Die denken sich, ich habe eh nicht viel, was soll mir schon groß passieren. Aber rechne nicht damit, dass dann die Lieferketten komplett zusammenbrechen werden. Also ich kann dann nicht mehr zum Aldi gehen, um mir mein täglich Brot zu kaufen. Der hat dann einfach nichts mehr im Sortiment. Es gibt dann kein Girokonto mehr. Alle sind mehr oder weniger auf Null. Es gibt keine Zahlungsmöglichkeit mehr. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass deine Bank zusammenbricht, sondern dass wir über einen globalen Banken-Crash reden. Das bedeutet, dass überall auf der Welt dieses Bankensystem zusammenbricht. Und diese Maria S. meint auch, kurz bevor das kommt, wird das wohl spürbar sein. Also die Leute merken das anscheinend, dass etwas nicht stimmt. Aber die können es halt nicht ausdrücken, weil die meisten Menschen, die haben es ja verlernt, auf ihre Intuition zu hören. Die merken dann vielleicht so ein komisches Gefühl, dass etwas komisch ist. Und genau auf sowas kann man achten, wenn die Stimmung in der Gesellschaft auf einmal kippt und komisch wird. Gut, das ist es ja jetzt schon. Aber das muss sich dann auf jeden Fall noch zu einem höheren Maß anstauen. Und eben dieser Banken-Crash, wenn dann nichts mehr funktioniert, der soll dann eben zu dieser Revolution führen. Wir haben es ja gelernt, das beginnt in Frankreich, Paris. Da sind wir ja jetzt schon gut dabei mit den Bauernprotesten. Aber durch den Zusammenbruch des globalen Bankensystems soll es dann auch in Deutschland zu Ausschreitungen kommen. Da wurde dann gesehen in dieser Prophetie, dass dann auch in Deutschland so Lebensmittelgutscheine ausgehändigt werden, weil man kann sich ja dann nichts mehr kaufen. Das ganze Sozialsystem geht komplett kaputt. Das bedeutet auch, die Flüchtlinge im Land, die bekommen dann nichts mehr. Und anschließend explodiert auch die Kriminalität. Ob das jetzt was mit den Flüchtlingen zu tun haben wird, das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Da kann sich jeder von euch selbst einen Reim draus machen, woher diese Leute kommen und wie diese Leute vorgehen werden, wenn es hart auf hart kommt. Anscheinend gibt es dann auch kaum noch Ärzte, die haben dann keinen Bock mehr auf Deutschland, weil sich das Praktizieren hier nicht mehr lohnt. Und es sollen halt so Seuchen ausbrechen. Und da ist halt auch die Frage, was da gemeint ist mit Hunger und Seuchen. Also im Endeffekt sind es ja dann drei Punkte. Einerseits Krankheiten, kommt da vielleicht nochmal sowas wie diese C-Punkt-Plandemie. Aber diesmal vielleicht ernstzunehmender. Steht da zumindest so drin. Die Kriminalität explodiert. Die Leute werden hungern. Und selbst die Politiker machen sich dann aus dem Staub. Also wahrscheinlich sieht man dann auch keinen Robert Habeck mehr und keine Riccarda Lang. Also das behauptet es nicht ich. Das ist jetzt einfach nur Teil dieser Prophetie. Und ich fasse es jetzt nur in meinen Worten zusammen. Was da wohl auch noch ein großer Punkt ist, was diese Maria S. sagt, dass sehr viele Menschen drogenabhängig sind. Und mit Drogen meine ich jetzt nicht nur die harten Drogen. Denn es gibt ja auch in Deutschland sehr viele Alkoholiker oder Menschen, die süchtig sind nach Tabak. Und dazu halt noch die richtig Drogenabhängigen, wie zum Beispiel Heroin, Methamphetamin, Kokain, die ganzen verschiedenen Grassorten. Und diese Möglichkeiten, die muss ich ja hier jetzt nicht komplett ausführen. Und da soll es dann auf jeden Fall noch zu einem Problem kommen, wenn diese Drogenabhängigen, inklusive Alkoholiker, nichts mehr bekommen. Das wird dann so gesehen wie so ein kalter Entzug. Und da gehen dann viele Menschen bis ans Äußerste, so heißt es, um ihrer Sucht gerecht zu werden. Man kann dann anscheinend gar nicht mehr vor die Tür gehen. Es werden dann so Plünderbanden durch die Straßen ziehen. Vor Gewalt wird höchstwahrscheinlich nicht zurückgeschreckt. Und da kann es dann auch sein, wenn du etwas hast, dass du dann auch schon für geringe Mengen, sei es jetzt Lebensmittel, sei es Alkohol oder Sonstiges, ausgelöscht wirst. Dann passiert anscheinend noch ein interessantes Ereignis. Die Politiker, die fliehen. Und dann werden sich aus dem Volk welche erheben und sich wie so Ersatzpolitiker aufstellen. So normale Menschen aus dem Volk und denken halt dann, sie könnten das Ruder noch rumreißen. Machen dann so Versprechungen. Aber das Ganze ist schon komplett aus dem Ruder gelaufen. Das Ganze hat schon komplett die Kontrolle verloren. Also auch diese Menschen, die sich da aus dem Volk auftun und meinen, jetzt können wir da anpacken, die werden scheitern. Da gibt es nichts mehr zum Anpacken oder in die richtige Richtung zu korrigieren. In dem Heftlein, da stehen dann auch so grausame Sachen, dass Mütter zum Beispiel ihre Säuglinge ablehnen. Das heißt, die lassen die einfach allein zurück, können sich nicht mehr kümmern. Es ist praktisch aussichtslos, es kommt nichts mehr rein. Menschen sollen angeblich in der Kanalisation leben. Das kennt man ja eigentlich aus dem Fernsehen nur von Las Vegas. Aber es soll anscheinend auch in Deutschland in manchen Städten dann so der Fall sein. Also direkt im Dreckhausen, da wo die Ratten dann rumlaufen. Und es werden sich wohl so Gruppierungen bilden. Das kann sein von Nazis bis über Anarchisten zu Satanisten. Alles Mögliche, was man sich da vorstellen kann, was sich die Menschen in ihrer Fantasie da ausdenken, wird es da dann geben. Und da wird sich der Mensch dann zusammenschließen. Was da auch immer der Aufhänger sein wird, das ist im Endeffekt egal. Im Endeffekt läuft es oft das Gleiche raus. Die werden in Grüppchen ums Überleben kämpfen. Und jeder, der keiner Gruppe angehörig ist, der wird dann nicht überleben. So steht es da. Da kommt es halt dann auch wieder ganz drauf an. Also das ist halt höchstwahrscheinlich sehr viel auf die Großstadt gemünzt, wie jetzt zum Beispiel Berlin, Köln und so weiter. Und da stelle ich es mir dann schon echt haarig vor, den Überlebenskampf, den man dann führen müsste. Da herrscht dann die komplette Anarchie. Es gibt ja dann keine Polizei mehr. Es gibt keinen Staat mehr. Die selbsternannten Ersatzpolitiker, die haben gar nichts mehr unter Kontrolle. Das ist wie so eine große Maschine, die außer Kontrolle geraten ist, die keiner mehr stoppen kann. Die Bürger werden dann auch wütend sein. Und das alles unter Einfluss von Hunger oder unter Entzug von diversen Drogen wie Alkohol. Das Sparguthaben ist weg. Ihr ganzes Hab und Gut ist weg. Die werden eventuell auch noch überfallen. Es gibt keine Renten mehr. Es gibt auch kein Bürgergeld mehr. Also diese ganzen Strukturen, die brechen dann komplett zusammen. Und diese Wut, die entlädt sich natürlich dann auch auf der Straße. Und dann hat der Autor eben noch viele andere Prophetien aufgelistet, wie zum Beispiel die Botschaft von La Salette. Ich habe da ein ganzes Video drüber gemacht. Wenn dich das Ganze interessiert, ich gehe hier nochmal zurück auf meine Playlists. Und da habe ich ja drei finstere Tage im Spätherbst. Das findest du hier. Darum habe ich da auch dieses herbstliche Blatt da davor gemacht. Und hier auf der rechten Seite, da siehst du die ganzen Videos. Also wenn du da oben hinklickst, dann geht das nochmal größer auf. Und hier ist es zum Beispiel bei mir der Teil 8. Alois Irlmayr, drei finstere Tage im Spätherbst. Teil 8, Hirtenbrief von 1846 aus La Salette. 22 Minuten. Wenn du das genauer wissen möchtest, kannst du dir das hier nochmal anschauen. Da stand ja zum Beispiel auch drin, Frankreich, Italien, Spanien und England werden im Krieg sein. Das Blut wird auf den Straßen fließen. Der Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen, der Italiener mit dem Italiener. Schließlich wird es einen allgemeinen Krieg geben, der entsetzlich sein wird. Also da geht es um diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, die dann erstmal ausbrechen, bevor der große Krieg wirklich Fahrt aufnimmt. Dann wird hier auch eine französische Wahrsagerin, Marie-Anne Lenormand, weiß nicht wie man es ausspricht. Die spricht auch in Frankreich von dem Krieg der eigenen Bevölkerung. Und auch diese Marie-Julie Chani sah wohl, dass die Russen aus der Nordschweiz kommen. Also anscheinend stoppen die Russen nicht in Deutschland. Manche, die dringen dann weiter vor über die Nordschweiz bis auf etwa 20 Kilometer vor Paris kommen die dann zum Stehen. Auch diese Marie-Julie Chani, da habe ich ein ganzes Video drüber gemacht. Das findest du hier. Das ist der Teil 14 Marie-Julie Chani. Auf jeden Fall auch sehr interessant, was die gesagt hat. Schau dir das unbedingt an. Des Weiteren hat diese Maria S. auch gesagt, dass das alles immer mehr kommunistischer wird. Und zwar kurz vor dem Ausbruch. Für Italien wurde das ganz klar prophezeit. Ich kann mich da erinnern, da wollten die doch da in Bologna, glaube ich, dieses Social Credit System einführen, welches man auch als China kennt. Da geht es ja dann, wie du dich verhältst. Da kriegst du dann Plus- oder Minuspunkte und je nachdem bekommst du dann Repressalien oder eben Freiheiten. Wobei ja dann in Italien, da gab es ja dann auch einen Rechtsruck. Da hat ja dann eine rechte Politikerin die Macht ergriffen. Aber groß aufgehalten die ganzen Probleme hat die dann auch nicht. Und so ähnliche Befürchtungen habe ich in Deutschland auch mit der AfD. Ich persönlich würde sagen, die AfD ist auf jeden Fall wählbar. Also die ganzen Menschen, die jetzt da auf die Straße gehen und dagegen protestieren, die haben für mein Dafürhalten null Ahnung. Die schmeißen alles durcheinander. Die reden da irgendwie von 1933 oder vom Dritten Reich, was damit gar nichts zu tun hat. Aber die glauben halt diesen ganzen Schwachsinn oder fantasieren sich das zusammen. Aber wenn man jetzt weiterdenkt, was wird denn passieren, wenn die AfD wirklich an die Macht kommt? Da befürchte ich ganz ehrlich, gar nichts. Vielleicht wird dieser Untergang dadurch etwas hinausgezögert. Aber da ist ja jetzt so viel im Argen. Und da weiß ich jetzt nicht, ob die AfD das jetzt so im Handumdrehen dann korrigieren könnte. Und vor allem, wenn die dann einige Jahre regieren, wie korrupt oder nicht korrupt die Partei dann sein wird. Nur was willst du stattdessen wählen? Willst du die Grünen wählen oder die SPD? Dann geht es halt noch schneller, würde ich sagen. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Ich glaube nur, dass die große Masse, die jetzt demonstriert, die Zusammenhänge gar nicht versteht, einem Fantasiekonstrukt hinterher rennt und dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie tun. Auch dieser Pater Pio, über den habe ich auch ein Video gemacht, Teil 17, Pater Pio, der hat auch gesagt, dass über Nacht der Kommunismus an die Macht käme. Und dann gibt es einen Massaker, vor allem auch gegen die Geistlichen. Also eine große Aggression gegenüber der Kirche. Und so ähnlich hat es doch der Irlmaier auch gesagt, dass es in Italien so eine große Revolution gibt und dass da viele Geistliche ihr Leben lassen werden, laut Prophetie. Und der Papst im Pilgergleit dann flieht bis nach Köln. Und da wird dann anscheinend oder angeblich der neue deutsche König, also wenn das dann alles vorbei ist, die dreitägige Finsternis vorbei, dann haben wir in Deutschland wieder eine Monarchie. Da wird dann ein Kaiser gegründet in Lederhosen, angeblich in Köln. Auch in den Feldpostbriefen, darüber habe ich noch kein Video gemacht, wird davon gesprochen, also dass der Papst als Verräter dargestellt wird. Also da gibt es dann wohl so eine große kommunistische Medienkampagne. Und die Kirche ist dann im Mittelpunkt. Man muss ja immer davon ausgehen, die Menschen, die haben dann zu dem Zeitpunkt nichts mehr zu essen. Und diese ganze Wut wird dann auch auf den Vatikan gerichtet, vor allem auf den Papst. Der muss dann fliehen. Zum Beispiel der Autor, höchstwahrscheinlich der Rubenstein selber, der denkt halt, dass das vielleicht was mit den Asylanten zu tun haben könnte, weil die Kirche dann vielleicht immer noch sagt, ihr Kinderlein kommet. Und das Volk ist dann aber schon ziemlich aufgewiegelt, weil die selber nichts mehr haben. Und dann platzt mehr oder weniger die Stimmung. Über was man auch nachdenken muss, wenn dann so viele Flüchtlinge ins Land kommen, dass dann auch so ein paar schwarze Schafe mit dabei sein könnten, die zum Beispiel so Terrormilizen angehörig sind, wie dem islamischen Staat. Und dass es dadurch auch mehr Terroranschläge geben wird. Wissen wir aber an dieser Stelle nicht. Das sind nur Vermutungen. Aber auch so Terroranschläge und dazu halt noch diese Hungersnot. Und der Verlust vom eigenen Hab und Gut, da könnte es schon sein, dass die Stimmung extrem kippt. Also das bitte mit einer Prise Salz nehmen. Da kannst du auch selber mal drüber nachdenken, ob das Sinn ergeben könnte. Und dann gab es ja auch noch den Seher aus dem Waldviertel. Und der hat auch kurze Zeit vor dem Krieg gesagt, also da gibt es einen Siegeszug der Linken. Und auf diese ganzen Vorzeichen sollte man auf jeden Fall schauen. Sollte sich da mal Gedanken drüber machen, ob das so eintreten kann. Und das, was ich jetzt hier gesagt habe, das sind natürlich schon sehr düstere Voraussagungen. Also da braucht man schon etwas Nerven. Weil man wahrscheinlich diese Tragweite nur durch das Vorlesen gar nicht so wirklich begreifen kann, was da dann los ist. Das ist ja jetzt nur ein ganz distanzierter Blick von oben auf die ganzen Dinge. Aber wenn man dann wirklich mitten dabei ist, vor allem in so Großstädten, da gehe ich davon aus, dass man da mittendrin im Kampf seines eigenen Überlebens sein wird. Also dass die Menschen da das Messer zwischen den Zähnen haben. Ich möchte dich aber hier jetzt nicht beunruhigen, wie du dich vorbereiten kannst. Das habe ich zum Beispiel mit dem Autor Kim Gau besprochen. Findest du alles auf meinem Kanal. Also wenn du jetzt hier auf Videos klickst, dann hier Irlmaier was tun. Da sind auf jeden Fall sehr wichtige Informationen mit drin, was du zumindest tun kannst. Und was ich dich noch erinnern möchte, jetzt kommt dann bald das komplette Interview mit dem Stefan Bernd raus. Ich habe das jetzt nochmal so zusammengeschnitten, dass du alles auf einmal hast. Das wollten ja viele Menschen. Wenn jetzt nichts dazwischen kommt, sollte es bis zum Sonntag rauskommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dich da begrüßen kann. Und jetzt würde mich auch interessieren, wie siehst du denn das Ganze? Bitte keine beleidigten Kommentare. Die Nutzer, die werden dann direkt vom Kanal ausgeblendet. Also mach es einfach nicht, weil du kannst dann hinterher nichts mehr schreiben. Und nochmal, da steht nichts in Stein gemeißelt. Ich warne einfach nur. Wenn nichts passiert, umso besser. Aber ich bin schon der Meinung, dass es jetzt dann mal an der Zeit ist, sich zumindest einen kleinen Vorrat anzulegen. Wie du das machst, das bleibt deine Entscheidung. Aber ich glaube, dass es nicht so ganz schlau ist, wenn man gar nichts tut. Wie gesagt, wenn du mich unterstützen möchtest, alle Links in der Videobeschreibung. Weil auch immer viele Fragen. Hier, wenn du da aufklappst. Mein Telegram-Kanal, den findest du hier. Alles verlinkt. Und darüber informiere ich die Leute dann immer, wenn ein neues Video rauskommt. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir alles Gute und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Also, mach es gut. Bis dann. Bis dann.